gestern hat sie nicht ein bauchpisschen bekommen heute bekommt sie den seit wie vielen monaten willst du das jetzt? boah schon ein halbes jahr, aber ich bin nicht drauf gekommen ok auf jeden fall sehr nett von der dame dass wir da drin filmen dürfen wir haben es vorher abgesprochen es gab einige die gesagt haben wir dürfen nicht filmen und es soll auf jeden fall hier irgendwo sein leute schaffte kackt man schminke entschuldigung wir suchen die nummer acht das ist so ein pc in der vierte schule das ist die spielhalle von abdelkader man kann immer abzocken diese automaten die geben nicht oder du kannst so gut drücken wie du willst du kriegst kein geld diese automaten sind gerade war das gerade eine ansage oder was? wir sind da, Maske hi ja endlich wo kommt ihr denn? servus die beiden sind aus frankfurt hi und ich komme aus mir, hanau und da braucht ihr so lange? ja da war verkehr, feuerwehr... oh man da kommt aber wache wo diese baustelle ist so lächte das einmal bitte durch und dann musst du halt den mann auslösen was steht da ungefähr? äh du solltest es schon ordentlich lesen soll ich nicht lesen? du kannst es auch daheim in ruhe lesen ach so, ach so diese heilung dauert je nach persönlichen heilverfahren drei bis vier wochen das piercing ist während dieser zeit jedoch nur oberflächlich verheilt ja lieb es euch an oh solarium darfst du nicht genau, kein solarium kann mich selbst freuen da drauf klatschen? nein, alles ohne den stichkanal darfst du nichts machen wie lange? mindestens vier wochen bist du bereit? ja 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 leute mit coronatis du bist schlecht reingephotoshoppt schreit alle Farbe was soll denn da haben was hab ich denn da? äh so ein orange grün blau rot hellblau türkis weiß ja hier ne, weiß haben wir hier das sind einfach weiße Farbe Ich würde am liebsten die Zuschauer fragen, wenn die Fall war. Türkis ist aber aufgeregt. Türkis ist halt auch so, wann er ist, ja? Ja, der macht Türkis, Anna. Du kannst ja eh dann wechseln, ja? Sobald's abgeheilt ist, kannst du dann halt sagen... Nach vier Wochen halt. Ja, also frühestens vier Wochen. Muss man halt dann mal drüber gucken, ob das klar geht in vier Wochen. Was sagst du? Wir bleiben im Standard. Aber machen sie sehr gut. Also ich kenne viele, die machen zack, zack, als wäre nix. Ja, das geht auch relativ schnell. Der will sich auch eins machen an der Nippe. Bei einem Millionen Aufrufe macht er... Beim Stehen, gell? Hast du gehört, was der gesagt hat? Sag mal noch mal. Bei einem Millionen Aufrufe macht er eine Schnitte wie er sich. Ja komm, Leute. Wie willst du machen? Eine Million. So, jetzt machen wir das. Sch***, eine Million. Ich hatte 40.000 mal, da kommt wieder Geld. Hinlegen. Den lehnen, den darfst du zum drücken nehmen. Machst schlang. Also nach da kommt... Genau, kommt nach da. Tschüss, alle. Ja, Leute, auf jeden Fall erreicht. Was sind deine letzten Worte? Nix, alle. Aber weil ich nicht so viel Speck da hab, das wird mehr tun, gell? Dafür heilt's besser. Ne? Weil du nicht... Weil der Bauch nicht so krass falsch schlägt. Das ist ganz viel. Was soll ich euch sagen, Leute? Für Pfad. Es lohnt sich, wenn ihr was haben wollt. Dann muss ihr auch Schmerzen durchgehen. Sehr schön aussehen, du musst leiden. Du musst leiden. So. Mehr kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, in einer Stunde, das wird schon vergehen. Deswegen, das bockt mich nicht. Das sind nur 5 Minuten Schmerzen, oder? Wenn überhaupt. Meistens piekt es nur einmal und dann ist okay. Okay. Ready? Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Einmal tief einatmen. Jetzt ein bisschen mehr mit der Zange zu. Und nochmal ausatmen. Und jetzt schon vorbei. Jetzt kommt noch ein bisschen Schmuck rein. Das kann noch ein bisschen drücken. Genau. Jetzt haben wir das Bällchen ein bisschen. Geht's? Ja. Baba. Ich kusse dein Herz. Wie schlimm war's? Wie wär's? Gar nicht schlimm gewesen, denke ich. Baba. Die macht mit Liebe. Bisschen schmerzen. Da guckt sich alles ganz genau an. Der hat auch Ausbildung machen. Ja? Ja. So. Nochmal tief einatmen. Flop. Und durch. Jetzt muss ich noch Kühlchen drauf machen. Jetzt tut's weh. Ja. Das drückt noch einmal. Ich erklär dir gleich noch ein bisschen. Jetzt hast du auch Pilzen. Where are you? Aber es steht ja echt. Also es ist wirklich schön. Sag Wallah. Wallah. Chaya Maya. Baba. Ich geh jetzt mit Bikini raus. Mach langsam beim Aufstehen. Setz dich erstmal hin, dass du Kreislauf trägst. Ja. Weißt du? Bäh. Das sieht brutal aus. Ja. Es ist super schön bei dir. Warum geht's nicht ein bisschen hoch? Das geht noch ein bisschen hoch. Das Gewebe entspannt sich. Du brauchst noch ein bisschen mehr Luft, weil es kann ein bisschen anschwellen. Weißt du? Pflege. Ein bisschen nach hinten. Aber die Schmerzen vergehen in vier Wochen oder wie? Nee, das ist nachher weg. Okay. Also das ist jetzt noch so ein bisschen das Druckgefühl. Das wird auch noch ein bisschen bleiben. Bisschen mit den Hosen aufpassen. Ich will mich auch hier machen. So drei, vier. No man. Ja, Baba, Leute. Wir haben uns jetzt. Ich hab mir jetzt meine Bauchlampe gemacht. Was ihr nicht wisst, der hat sich auch eins in seinen Lippen gemacht. Bei 40.000 Likes lässt sich Juliane und Kase mein Nippel-Pacing machen. Ja, Jawa. Hast du Spa oder Paypal? Du kannst keine Etsy-Karte. Hast du hier einen Automaten? Ich glaub, dass die mit mir kommen. Ich lass dir meinen Ausweis da. So. Bis Gleich. Ich auch. Bis Gleich. Ein Lass wegrennen, oder? Jetzt bist du glücklich. Ja, Banda. Leute, danke nochmal, Ewa. Seid gespannt. Vielleicht lass mir einen Tattoo-Stick lassen. Ich mach mir Baba-Tattoo. Und ihr dürft entscheiden. Bei wieviel Likes? Bei 10k, komm, mach mal 10k voll. Okay. Auf das Video, ey, 10.000 Likes und die lässischen Tattoo-Sticken. Ey, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gleichfalls. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. So, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir was essen, weil ich habe mies Hunger. Ich war im Training und habe noch nichts gegessen. Ich habe nur einen Shake getrunken. Bis gleich beim Essen. Ey, boah. Nur mal. Du wirst es niemals lernen. Auf jeden Fall, wir gehen gerade zum goldenen Wok. 165 Meter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, alle. Geh. Ist das ein chinesischer Restaurant oder so? Wie heißt Alarm? Der goldene Wok. Der goldene Wok. Warum trägst du eine Maske? Auf jeden Fall Leute, ja. Auf jeden Fall. Ihr könnt, ja okay, schneid da was. Nein, warte. Mach mal ein TikTok mal einfach. Es geht um. Schmerz ist gegen deinen Kopf. Wir sind zuhause geworden. Die Leute gucken uns schon an. Also Kartoffel, Gemüse, Gemüse Leute. Wie ist die Katzenfleisch? Wie ist die Katzenfleisch? Wie ist das? Wie ist das? Spaß, Wala, Baba. Baba. Hier Garnele. Machst du Fisch? Ich liebe Fisch. Keine? Baba, Fisch ist das Beste. Besser als, keine Ahnung was. Oh, der sieht geil aus. Lachs. 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 Pizza. Kartoffel, Karton. Pizza. Keine Ahnung. Riesen mehr. Öppel. Keine Ahnung. Wer sowas bei Gefühlen ist, ist dumm. Weil das sofort satt macht. Und das ist ja dein Ziel, dass eine Hura schnell satt wird. Ja, Mann. Nehmt immer so viel, wie ihr auch essen könnt. Das ist die erste Runde eigentlich. Das ist mein erstes Teller, Leute. Was haben wir hier? Baba Garnele auf jeden Fall. Das ist dein erstes Teller? Ja, so ein Okja. Ich bereite schon meine Garnele auf. Ich öffne die. Aber warum isst man Nudeln? Warum? Kann ich nicht. Das macht schnell satt. Und dann wollen wir nicht, dass du mehr isst. Du musst sowas essen. Ja, ich esse es mal Garnele. Immer schön das Teuerste. Ich mache diese Garnele auf, Leute mit Handschuhen. Ah, ich brauche zwei Handschuhe. Ich zeige euch, wie das geht. Es ist mal Kopf. So. Nein. Ah, wie war das? Egal, so. Nein. Egal. So einfach so, Leute. Es gab einen Trick. Ich darf vergessen. In Hanau gibt es ein Asia-Palast. Die können einpacken. Ich schwöre. Die Location, unsere Feier. Ich denke, die kann es sein, der will mich so hauen oder so. Ey, wir haben auf jeden Fall eine Narkose bekommen. Ja, Mann. Wegen dem Nachttisch vor allem. Jetzt auf Lokja. Erzähl mal, wie viel Teller habt ihr gegessen? Eine. Zwei. Normalelelelelelele. Normalelelelelele. Oder natürlich, äh, 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 äh. Piccololo oder so, gell? Ich habe Marke jetzt ein Lamborghini-Hufe gekauft. Und Sainab, wir haben einen Gegner für dich. Ich heiße Lamia. Guck mal, du heißt ganz genau Sainab. Du kannst nicht gegen mich kämpfen. Du wiegst 80 Kilo. Weißt du, was ich meine? 90 Kilo. 90 Kilo. Und ich wiege 50, nicht mal 50. Weißt du, was ich meine? Und du willst gegen mich kämpfen. Wer denkst du, wer du bist? Geh mal in den Stall und kämpf gegen die Kuhl und, äh, andere Bäder. Nicht mit mir. Ich bin ein Mensch. Ich kämpfe nicht. Ich schlag mich nicht. Mit Tieren. Ich bin kein Tier. Ich bin ein Mensch. Wallah. Warum schlagen kannst du? Kannst du nicht mit mir reden, meine Liebe? Kannst du nicht mit mir reden? Warum willst du das Ganze nicht einfach? Kannst du mal abklemmen wie ein Mensch? Warum musst du schlagen? Kannst du es nicht anders oder was? Ey, aber, aber wenn du so geil bist bei diesem Kämpfen, wenn du unbedingt dich mit jemandem schlagen möchtest. Ich habe eine perfekte Gegnerin, die dir die Zähne raushauen wird. Alter ist, die ist genauso alt wie du. Schlangen, aber stark. Ja, alle. Wenn du dich, melde dich jede Zeit so. Wenn du dich ja unbedingt schlagen möchtest. Wie ist mein Name bekannt? Auf jeden Fall. Die heißt Lamia. Kinneimerin. Und Zeynep. Das wäre eine perfekte Chance für dich. Weil du kriegst ja dadurch Fame. Weißt du, ich mein, da musst du nicht jederzeit Tiktoker da draußen anmeckern. Weißt du, ich mein? Leute, was ich euch sagen wollte. Ganz, ganz wichtig. Bald kommt ein Boxkampf. Wie der Mann. Aber dieser Boxkampf wird ein Kampf des Jahrhunderts. Mit Legenden. Du weißt ne, welcher Kampf wird. Was sagst du? Alle Leute, das wird, alles wird krank. Ich hoffe, meine Mutter. Bleib einfach in unserem Kanal aktiv. Weißt du, das ist ein Blender für die Legenden. Checkt unsere Videos ab. Komm, 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 komm. Smokene Bada. Inisumunimramada. Etensata, eine Kaka. Etensata, eine Kaka. Etensata, Makaka. Etensata, Makaka. Nur mal. Hallo. Bye!